Ramtin, zwölf Jahre, behauptet, ich durchfahre einen Slalom-Parcours auf einem Bein schneller als Eisschnellläuferin Anni Friesinger. Die Regeln. In der ersten von drei Runden werden die Hütchen mit einem Abstand von 120 cm zueinander aufgebaut, in der zweiten mit 100 cm und in der dritten Runde mit einem Abstand von 80 cm. Für jeden ausgelassenen oder verschobenen Cone, also das Hütchen, sowie jede Bodenberührung des zweiten Beins, denn ihr fahrt ja auf einem, gibt es eine Strafe von 0,2 Sekunden. Wer in der Gesamtzeit aus allen drei Runden schneller war, gewinnt das Duell. Bei Gleichstand gewinnt Anni Friesinger, denn du hast ja gesagt, du bist schneller. Ramtin beginnt. Klein gegen Groß, auf, los, geht's, los! Das waren 3,8 Sekunden, Ramtin. 3,8 Sekunden. Da sehen wir gerade nochmal die Zeitlupe. Pierre, kein Fehler. Alles gut. Alles war rechtens. Alles super. Wann immer du willst. Okay, go. Auf geht's! Einen vergessen. Ich hab geschummelt. Das war gut, aber ein Tick langsamer. Und Pierre, ich glaub, du hast es auch gesehen. Ja, einen hat sie leider ausgelassen. Ich geb's zu, ich hab's probiert. Ein Fehler. Ein Versuch war es wert, aber er ist aufgefallen. Also 4,8, 0,2 Strafsekunden gab's obendrauf. Also dann 4,8 Sekunden. Ramtin, zweiter Lauf. Jetzt stehen die Hütchen nur noch einen Meter voneinander entfernt. Also Abstand 100 Zentimeter. Ramtin, volle Konzentration. Und jetzt heißt es, ready, steady, go! Noch ein Zehntel schneller. 3,7 Sekunden. Auch für dich, Anni. Okay. Toi, toi, toi! Da wird sie nicht mit sich zufrieden sein, glaub ich. Ah! Nee, 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 nee. Das kann ich jetzt nicht verheimlichen, gell? Dass da was passiert ist. So, Ramtin, letzter Durchgang. Es wird ja am Ende aufsummiert. Also es kann ja auch sein, Ramtin, was ich dir nicht wünsche. Dass es vielleicht auch für dich mal nicht ganz optimal läuft. 80 Zentimeter stehen die einzelnen Hütchen jetzt nur noch voneinander entfernt. Dritter Durchgang. Dein letzter. Und ich zähl. 3, 2, 1, go! Das ist Wahnsinn, oder? Es ist jetzt geguckt, ja, ihr schmaler wird mir. Anni, jetzt hast du... Wollt ihr die 80 jetzt echt sehen? Wir wollen es sehen. Wir wollen die 80. Anni, möchtest du jetzt alles aus dir herausholst, dass du dich jetzt voll konzentrierst. Du würdest mich so stolz machen, wenn du das jetzt schaffst, ohne Fehler, weißt du? Es ist ganz egal, die Zeit spielt überhaupt keine Rolle. Ja? Okay. Okay. Auf geht's! Kleine Schönheitsfehler. Damit haben wir in unserem Inline-Slalom-Duell einen Sieger und der heißt Ramtin! Wollt ihr noch mehr so freshe Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke. Also, hier geht's weiter.